über die Zukunft und die Aussichten der Volksfeste in diesem Jahr in Bayern gesprochen hat. Über die Ergebnisse informieren Sie den Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Oberbürgermeister, wir hatten eine Schalte mit den Städten, die die ganz großen Volksfeste in Bayern haben, also München, Nürnberg beispielsweise, Würzburg, Regensburg, auch Rosenheim mit dem Herbstfest und natürlich Straubing mit dem Goldbodenfest. Wir haben nochmal beraten, wie geht es angesichts der pandemischen Lage weiter und wir haben uns eigentlich auf eine gemeinsame Empfehlung geeinigt. Die Entscheidung darüber ist natürlich auch aufgrund des Infektionsschutzgesetzes Sache der Kommune vor Ort, aber wir waren, das kann man glaube ich sagen, einheitlich der Auffassung, dass wir empfehlen, diese großen Feste dieses Jahr nicht stattfinden zu lassen. Die Begründung ist dreifach. Das Erste ist, es gibt einfach die Lage, es ist unsicher, auch aufgrund der hohen wirtschaftlichen Verpflichtungen, die eingegangen werden müssten, sodass bei einer Entwicklung der Inzidenzen, die dann vielleicht, keiner kann es früher sein, steigen würden, eine Absage ein wirtschaftlicher Schaden wäre. Zweitens, muss man dazu sagen, könnten auch Marken beschädigt werden. All diese großen Feste, das Oktoberfest natürlich als das vielleicht globalste Fest überhaupt, eine der größten, vielleicht die größte Visitenkarte, die Bayern überhaupt in der Welt abgibt, mit Millionen von Gästen, die jedes Jahr zu uns kommen, hätte die große Herausforderung, dass sie beschädigt wird, wenn wir es unter unzähligen Auflagen stattfinden müssen. Und das wäre auch der dritte Grund. Es wäre dann natürlich auch die Gefahr, dass es dann zu zum Teil chaotischen Zuständen führen kann, weil in den klassischen Bierzelten bei den großen Festen ist mit Abstand, Maske und all den Maßnahmen es zum Teil einfach praktisch nicht umsetzbar. Deswegen ist die Empfehlung, dort an der Stelle auf die großen Feste dieses Jahr zu verzichten. Gleichzeitig haben wir aber von Seiten des Freistaats angeboten, bei kreativen Lösungen, dezentralen Lösungen, so wie letztes Jahr bereits im Sommer, da großzügig miteinander umzugehen, das anzubieten, Sommer in der Stadt Einzelbereiche zu machen. Das, glaube ich, stieß auch überall auf Unterstützung, sodass wir das da gerne unterstützen werden. Und insofern war das heute eine relativ gute Aussage gemeinschaftlich. Es gibt ein sehr hohes Bewusstsein der Kommunalpolitik, ob der Gefahr Infektion. Gleichzeitig will man den Schaustellern aber Angebote machen. Allerdings kommt, glaube ich, aus der Branche heraus selber so die Sorge, dass so eine halbgare Feste auch nicht funktionieren würde. Und deswegen auch in diesem Jahr die Empfehlung, diese großen Feste nicht zu machen. Von der Wiesn angefangen bis über das Rosenheimer Herbstvolksfest. In Straubing hat man bereits entschieden, das Goibodenfest nicht stattfinden zu lassen. Ähnliche Diskussionen gibt es über das Nürnberger Herbstvolksfest, den Plärer in Augsburg beispielsweise und anderswo. Aber dafür zu prüfen, inwieweit dezentrale, kleinere Möglichkeiten sind, um in den Städten dann bei einer guten Infektionslage Angebote zu machen. Vielen Dank aber noch einmal für die Zusammenarbeit. Herr Oberbürgermeister, bitte. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, Damen und Herren. Ich hatte den Ministerpräsidenten letzte Woche gebeten, ob wir uns unterhalten können, ob wir nicht wieder eine einheitliche Lösung finden für das Thema große Volksfeste in Bayern. Weil ich der festen Überzeugung war und bin, dass es Sinn macht, auch um die Akzeptanz der Bevölkerung einigermaßen sicherzustellen, dass wir für die größeren Feste einfach einheitlich entscheiden. Herr Ministerpräsident hat schon gesagt, es gab vorher gerade eine einstündige Videoschalte mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Städte, die große Volksfeste abhalten. Und die Tendenz war eindeutig, dass wir als Kommunalpolitiker einfach diese Verantwortung für unsere Bevölkerung, für die Gesunderhaltung der Bevölkerung höher gewichten müssen, als das berechtigte und auch nachvollziehbare Interesse der Bevölkerung an Volksfesten. Und deswegen wird es in München auch dieses Jahr kein Oktoberfest geben. Es ist zum 26. Mal, dass dieses Oktoberfest nicht stattfinden kann. Es ist eine Entscheidung, die ich jetzt treffen will und muss, weil mir natürlich auch die Beschicker mitteilen, dass sie jetzt Verträge eingehen müssten, Verpflichtungen eingehen müssten, Personal akquirieren müssten. Und deswegen macht es keinen Sinn, noch zuzuwarten. Die pandemische Entwicklung ist auch nicht so dynamisch, dass wir sicherstellen könnten, dass wir, wenn wir jetzt noch vier Wochen warten, dann eine stabile Entwicklung hätten. Wenn Sie sich die Inzidenzkurve der letzten Wochen und Monate anschauen, dann geht es tatsächlich rauf und drunter. Und niemand von uns kann prognostizieren, wie es wirklich ausgeht. Deswegen muss man die Entscheidung aus meiner Sicht jetzt treffen. Und ich habe sie getroffen und ich bitte dafür um Verständnis. Für mich persönlich ist es auch keine leichte Entscheidung, weil es ist eigentlich schon ein wesentliches Datum im Terminkalender des Oberbürgermeisters, sowohl das Anzapfen als auch das Bier weitergeben an den Ministerpräsidenten. Aber das ist nicht wirklich wichtig. Viel wichtiger ist, dass es sehr schade ist für die vielen, vielen Millionen Fans und Freunde der Wiesn, diese Brauchtumsveranstaltung weltweit. Für die ist es extrem schade. Schade ist es natürlich auch, weil es teilweise existenzielle Auswirkungen auf Menschen hat, die dort arbeiten. Also ich spreche jetzt insbesondere von Bedienungen bis zu Standelfrauen, Standelfesitzern, von den Schaustellern bis hin zu den Wiesnwirten. Dort geht es schon richtig ans Eingemachte, was die Einnahmeverluste betreffen. Es trifft die einen mehr, die anderen weniger. Aber alle trifft es natürlich. Die Stadt München trifft es übrigens auch so. Mit 1,2 Milliarden Umsatz ist das Oktoberfest ja nicht ganz zu verachten als Wirtschaftsfaktor. Auch das muss man verkraften. Aber insgesamt bitte ich einfach um Nachsicht für die Abwägung, dass wir ein Volksfest nur dann feiern können, wenn zwei Dinge gewährleistet sind. Nämlich erstens mal das Volk auch hingehen kann. Das heißt, es kann keine Zulassungsbeschränkungen in irgendeiner Form nach meinem Verständnis geben. Sonst ist es kein Volksfest. Und zweitens muss es eine ausgelassene, eine sichere, eine angstfreie Atmosphäre geben. Und auch das kann man bei der aktuellen Situation in Sachen Corona-Pandemie einfach nicht unterstellen. Und deswegen, glaube ich, macht es keinen Sinn. Ich treffe die Entscheidung übrigens durchaus auch im zumindest intensiven Dialog mit den Beschickern und den Festwirten, die alle gesagt haben, so ein bisschen Wiesen geht nicht. Und ich glaube auch, dass wir deswegen leider in den sauren Apfel beißen müssen und auch 2021 kein Oktoberfest haben. Der Herr Ministerpräsident hat es schon angedeutet, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, was könnte man denn als Kompensation anbieten und freuen uns über die Zusage, will ich nicht sagen, weil er kann auch nichts zusagen, was wir noch nicht vorgelegt haben, aber zumindest über das grundsätzlich positive Feedback, dass wir wieder Dinge in München machen, wie wir sie schon kennen, zum Beispiel so etwas wie Sommer in der Stadt, was gut funktioniert hat aus meiner Sicht, was auch infektiologisch durch die dezentrale Struktur und durch Hygienekonzepte abgesichert werden kann, was zumindest den Schaustellerinnen und Schaustellern so ein bisschen an Einnahmen ermöglicht, was aber auch natürlich mindestens genauso wichtig in München und München, die mittlerweile doch intensive Bedürfnis, das mittlerweile intensive Bedürfnis, den Wunsch mal auch wieder draußen ein bisschen zu feiern entgegenkommt. Ob es so etwas wie die Wirtshauswiesen wieder geben kann, werden wir uns anschauen müssen. Infektiologisch ist die deutlich schwierigere Variante. Aber insgesamt muss, glaube ich, auch tatsächlich einer der Kompensationspunkte sein, dass wir hoffen müssen, dass wir infektiologisch so weit sind, dass wir zumindest Teile der Außengastronomie wieder öffnen können, mit natürlich Abstandsregeln, mit Maskenpflicht, mit dem Thema, wie wir sie letztes Jahr schon hatten, dass wir vor allem auch Kulturbetriebe, Theater, Kinos und sonstige Veranstaltungen vor Ort in kleinen Rahmen wieder durchführen können, damit die Münchnerinnen und Münchner, aber auch alle Besucher halt eine kleine Kompensationsmöglichkeit haben für das nicht stattfindende Oktoberfest. Ich bedanke mich auch dieses Jahr, dass wir gemeinsame Regelungen vorschlagen und getroffen haben. Ich glaube, das macht Sinn. Und wie gesagt, ich bitte noch mehr um Nachsicht an alle Wiesn-Fans, dass es auch dieses Jahr nicht stattfinden kann. Vielen Dank für kommentieren Fragen. Den Anfang macht Julian von Lübis vom Bayerischen Grundfunk. Herr Söder, neben den großen Volksfesten gibt es ja in Bayern auch sehr, sehr viele kleine, Hunderte, wenn nicht sogar Tausende. Gibt es denn von der Staatsregierung eine Vorschlagslösung, wie man damit umgehen soll? Wir hören ja zweifach Geimpfte haben jetzt wieder mehr Grundrechte. Das Impftempo nimmt zu. Haben Sie dann einen Vorschlag oder eher auch Zeichen auf Absage? Danke. Da gilt normalerweise das Infektionsschutzgesetz. Und es lässt gerade jetzt vor Sommer praktisch kaum eine Möglichkeit dafür zu. Das ist eindeutig das Gesetz. Es ist auch so, dass gerade, wenn wir über die Sonderrechte beziehungsweise die Rückgabe der Rechten für Geimpfte reden, das bei einem Volksfest schwer vorstellbar ist. Das war auch einer der Gründe, warum wir uns insgesamt auch mit der Empfehlung schweren Herzens, aber doch mit hoher Vernunft gemeinsam auf den Weg begeben haben. Weil wir gesagt haben, wie will man das kontrollieren? Stellen Sie sich vor, dann vor einem Zelt stehen dann die einen, wir wollen rein, wir will das kontrolliert und dann kommt möglicherweise eben noch Alkohol dazu, was ja auch, sagen wir mal, die Situation nicht vereinfacht. Da gilt jetzt das Infektionsschutzgesetz. Deswegen wird jetzt bis zum Sommer da insgesamt, gibt es da keine ganz großen Entwicklungen. Wir haben es ja heute schon mal besprochen, dass jetzt dort, wo 100 ist, wir mit Außengastronomie beginnen. Langsam, Stück für Stück, aber auch sehr zurückhaltend. Deswegen, jetzt ging es ja um die Entscheidung, beispielsweise beim Oktoberfest eine Abwägung vorzunehmen. Das ist genauso, wie der Oberbürgermeister sagt. Ich sage ja auch als Ministerpräsident, es ist die, eine der globalen Marken, die man mit Bayern verbindet. Das ist tatsächlich so. Jeder in der Welt kennt Oktoberfest. Viele versuchen es nachzumachen und es gelingt keinem. Aber man muss ja auch sehen, was passieren würde, wenn wir jetzt es bedenkenlos einfach machen, es absagen müssen, dass wirtschaftliche Schaden oder stellen Sie sich vor, es gibt eine neue Welle und es würde dann zu einem Superspreader-Event. Dann wäre die Marke für alle Zeiten beschädigt und das wollen wir nicht. Das Oktoberfest wird wieder stattfinden und es wird wieder großartig werden, nur in diesem Jahr eben so nicht. Uli Bachmeier, Augsburger Allgemeine. Einmal an den Herrn Söder. Ab wann wäre denn ein Volksfest überhaupt nach dem Infektionsschutzgesetz theoretisch möglich, wenn das jetzt unter 50 ist oder wie ginge das dann? Und dann noch eine Frage an den Herrn Reiter. Ich bin ein bisschen durcheinander wegen den Meldungen im Zusammenhang mit Dubai und der Lizenz etc. Es gibt Tausende von Plagiaten weltweit vom Oktoberfest, die alle nach meinen Informationen ohne Lizenz sich als Oktoberfest ausgeben. Was ist dann da jetzt speziell in Dubai der Hintergrund? Warum kommt die Stadt überhaupt ins Spiel und warum besteht man da drauf, dass man eben keine Lizenz hergibt und das dann nicht stattfinden kann? Und wenn Sie mir das erklären könnten, wäre es sehr freundlich. Soll ich? Also meines Wissens nach ist der Begriff Oktoberfest immer noch nicht abschließend rechtlich geschützt, sodass er verwendet werden darf. Deswegen gibt es ja auch, wie Sie richtig gesagt haben, Hunderte, ich glaube Tausende von Plagiaten weltweit. Ich gestehe frank und frei, dass mich das wirklich nie wirklich sonderlich beunruhigt hat. Denn wir sind selbstbewusst genug, in München zu wissen, nur wir in München haben das Oktoberfest. Andere Feste können im Oktober stattfinden oder sonst irgendwie sich nennen. Sie werden niemals den Rang und die Beliebtheit des Oktoberfestes in München erreichen. Das liegt schon an der Gestaltung. Das liegt übrigens auch an den Getränken, die es dort gibt. Es ist eine Besonderheit, die es nur in München gibt. Und deswegen war ich da nicht wirklich ängstlich, dass es auch in unserer Partnerstadt, Cincinnati gibt es auch ein Oktoberfest. Also es gibt Oktoberfeste dann auf und ab. Dubai war ein bisschen was Besonderes, weil wir uns da alle einig waren, dass es schon einigermaßen merkwürdig ist, bei den Außentemperaturen und bei den Rahmenbedingungen, die es da in Dubai gibt, ein Oktoberfest abzuhalten. Ich habe ja auch keine Begeisterung der Wirte vernommen, dort hinzufliegen und dann soll das Ganze auch Monate dauern. Das hat eigentlich nichts mit einem Fest zu tun. Und ein Volksfest, und damit höre ich auch wieder auf, um mich arg weit aus dem Fenster zu lehnen, ein Volksfest, bei dem das Volk selber nicht zugelassen ist oder nur am Rande beteiligt, kann ich mir auch noch ganz schwer vorstellen. Das ist nicht meine Vorstellung von einem Brauchtumsvolksfest. Also nur nebenbei, ich kann mich erinnern, dass ich bei sehr frühen Auslandsreisen, hat es auch schon immer so Oktoberfestabende gegeben. Ich habe mal einen in New York erlebt, da gab es dann Hähnchen mit Nudeln mit Soße. Das Feeling war begrenzt. Ich habe mal einen in Shanghai miterlebt, der dort gemacht wurde. Da haben sie sozusagen Bayern mit Kakteen und Cowboyhüten ausgerüstet. Ich habe auch überlegt, welcher Volksstabend war bei uns betroffen. Das hat alles nicht so richtig funktioniert. Also ich meine, sind wir mal ehrlich, das Oktoberfest funktioniert ja auch in der Beeindruckenform. Die großen Zelte. Also das ist ja ein Teil des Erfolges. Die Lebensfreude dahintersteht, die Tracht, alles das. Also das kannst du jetzt in Dubai bei 40 Grad jetzt, ja, kannst du sicher in den Mall machen und dann ein bisschen Skifahren dazu. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das so erfolgreich ist. Das tut jetzt nicht so weh. Das Zweite ist, nach dem Infektionsschutzgesetz gilt jetzt bis 30.06. Erst einmal, ja, Bachmeier, gibt es kaum Spielräume an der Stelle. Das sind einfach zu viele Leute und die Inzidenzen sind zu hoch. Deswegen wird da ohnehin fast nichts stattfinden. Wenn natürlich morgen die Inzidenz bei Null liegt oder bei Eins oder Zwei, dann könnte es nicht anders sein, aber das ist in der jetzigen Situation einfach nicht zu erwarten. Bitte um Entschuldigung, Herr Reiter, Sie haben eine Frage nach der Lizenz nicht beantwortet. Warum ist da plötzlich eine Lizenz notwendig, die die Stadt dann verweigert? Das war zumindest die Meldungslage heute früh. Also es wäre mir neu, dass es tatsächlich eine formale Lizenz bräuchte. Natürlich hat sich die Politik in München dazu geäußert. Und auch die Beschicker haben sich geäußert. Aber ich habe es ja vorher gesagt, Sie haben es ja auch gesagt, es gibt Tausende von Plagiaten, die haben auch keine Lizenz. Also insoweit wüsste ich auch nicht, wie man rechtlich eine Lizenz begründen soll, wenn der Begriff nicht gesetzlich geschützt ist. Also insoweit, glaube ich, wird es keine Lizenz bedürfen. Aber wie gesagt, es braucht Akzeptanz und es braucht Teilnahme. Weil ich glaube, sonst wird es schwierig, da abzuhalten zu sein. Als nächstes Hans Hinterberger vom BR Kontrovers. Herr Ministerpräsident, inwiefern ist das Ganze mit dem Koalitionspartner in Bayern abgestimmt? Und auf den Herbst blicken, kleine Feste, da dürfte sich ja wieder auch beim Koalitionspartner ein gewisses kreatives Potenzial ergeben. Wie blicken Sie auf diese Diskussionen? Jetzt wird mir klar, Sie fragen heute immer das Gleiche. Das heißt, Sie machen einen Beitrag über den Zustand der Koalition. Und jetzt sage ich Ihnen das gleiche wie vor. Wir haben eine beste harmonische Zusammenarbeit. Heute ist es so, dass natürlich die Kommunen selber entscheiden. Die Kommunen müssen ja entscheiden, ob sie einladen jetzt dazu. Und das Infektionsschutzgesetz, Notbremse gilt ja alles auch. Insofern ist das alles, glaube ich, ganz klar, wie das stattfinden kann. Und wie gesagt, die Zusammenarbeit in Bayern ist bestens auf höchstem Niveau. Und das können Sie auch gern verwenden in dem wichtigen Beitrag morgen dann. Und es wird immer besser, täglich. Wird nur besser. Wir haben noch drei Fragen. Dann kommen wir zum Schluss. Als nächstes Stefan Mack, Antenne Bayern. Herr Reiter, bis zu welchem Zeitpunkt hatten Sie denn noch Hoffnung? Beziehungsweise ab wann war Ihnen dann klar, das wird auch heuer nichts werden? Ja, man kann mit Prognosen daneben liegen. Das entnehmen Sie daraus, dass wir vor ziemlich genau einem Jahr hier standen. Und ich eigentlich, glaube ich, vor ähnlicher Teilnehmerkreis gesagt habe, also nächstes Jahr gibt es bestimmt wieder Oktoberfest. Weil ich jedenfalls nicht gedacht hätte, dass wir in eineinhalb Jahren noch in einer Pandemie leben werden. Und insoweit war ich eigentlich schon Anfang des Jahres immer sehr skeptisch. Ich habe auch mich mit den Wirten und den Beschickern schon rechtzeitig einfach mal zusammen, wir haben uns getroffen, haben miteinander diskutiert. Und wir hatten ja mal eine Situation, als ich relativ laut auch deutlich gesagt habe, es braucht jetzt dann Öffnungen, da waren wir bei 25 oder 26. Da hatte ich natürlich Hoffnung, wenn sich dieser Wert stabilisiert hätte, hatte ich schon noch Hoffnung, dass es auch einen Oktoberfest geben kann. Das ist aber mittlerweile schon mehrere Monate her. Und seitdem sind wir eigentlich nur noch in einer Richtung unterwegs gewesen, nämlich steigend. Und deswegen war mir auch länger klar, dass es tatsächlich nur schwer vorstellbar ist, dass wir dieses größte Volksfest der Welt, man muss es einfach immer wieder sagen, das internationaleste Volksfest der Welt tatsächlich in München stattfinden lassen können. Letztlich muss ich die Entscheidung treffen, weil ich der Veranstalter bin und da muss ich einfach abwägen. Und da geht der Gesundheitsschutz einfach eindeutig vor, bei allen berechtigten Interessen, wirtschaftlicher Art und auch vom Vergnügen her. Aber deswegen war diese Entscheidung für mich schon ein paar Wochen lang klar. Lorenz Storch vom Bayerischen Rundfunk. Jetzt ist ja so, dass bis September eigentlich alle in Deutschland, die wollen, geimpft sein können. Müsste das nicht eigentlich einen Unterschied machen? Naja, also erstens mal habe ich diese Prognose ja schon öfter gehört. Und aus Münchner Sicht kann ich sagen, sie hat sich nicht durchgängig so zeitnah bewahrheitet, als ich sie gehört habe. Also insoweit wäre ich sehr froh, sie hätten recht und wir hätten tatsächlich ein Impfangebot an alle. Allerdings bedeutet das auch, dass sich natürlich ein Großteil der Bevölkerung impfen lässt. Und wir beide haben gerade vorher nochmal darüber diskutiert, ob wir nicht irgendwann da mal von der Problematik, wir haben zu wenig Impfstoff, umswitchen werden auf, wie kriegen wir denn die restlichen 50 Prozent der Bevölkerung dazu, sich impfen zu lassen. Das wird also eine spannende Diskussion im Sommer und im Herbst werden, wie sich das weiterentwickelt. Und dann lassen Sie mich einfach noch in einem Satz das wiederholen, was ich gesagt habe. Aber Volksfest ist für mich ein Volksfest. Und das heißt, da muss jeder hingehen können, wer es sich leisten kann. Klammer auf, Klammer zu. Und deswegen kann ich mir Einschränkungen in der Form, dass dort nur Geimpfte hin dürfen, nur schwer vorstellen und wer mal auf der Wiesn war. Und ein bayerisch sprechender Redakteur geht davon aus, war schon öfter mal auf der Wiesn, dass ich mir das einmal erklären, wie das funktionieren soll. An den Zelteingängen und draußen. Das ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Und da spreche ich ja nicht nur als Oberbürgermeister, sondern auch als langjähriger Wiesnbesucher. Und auch im besten Kontext mit den Wirten, die das noch länger machen als ich. Das ist einfach nicht vorstellbar. Und deswegen wird es hoffentlich so sein, wie Sie sagen. Aber das wird die Oktoberfestabhaltung, also das Oktoberfest nicht retten können. Zum Abschluss Christoph Trost von dpa. Frage an beide Herren, Herr Reiter, haben es schon angesprochen. Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie in die Zukunft gerichtet sind. Trotzdem die Frage, auch weil Sie gesagt haben, also wieder nächstes Jahr möglicherweise wieder. Wenn es diese Wiesn, was wir hoffen und wovon man vielleicht auch ausgehen kann, wieder geben wird, gehen Sie denn dafür aus, dass es eine Wiesn ist, wie man sie kannte bis zum vorvergangenen Jahr? Oder wird es möglicherweise eine andere Wiesn sein, weil es vielleicht doch noch länger Einschränkungen, Masken etc. gibt? Also wird dieses Wiesnfeeling zurückkommen nach München? Da würde mich Ihre Einschätzung interessieren. Also wenn es nächstes Jahr, was ich wirklich hoffe und was auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt dafür, wie der Oktoberfest gibt, dann gehe ich fest davon aus, wird sofort dieses alte Wiesnfeeling zurückkehren. Wenn Sie denken, wie viele Reservierungen es für dieses Jahr gegeben hat, quasi alle Plätze, die zu reservieren waren, sind reserviert, obwohl dieses Jahr die Wahrscheinlichkeit, dass die Wiesn stattfindet, doch schon seit Wochen relativ gering ist. Und ich bin ganz sicher, die Menschen, wenn sie wieder feiern dürfen, dann werden sie wieder feiern. Und ich hoffe, dass es nicht so ausgeht wie in anderen Ländern, wo man dann sieht, wenn das erste Mal wieder ein Clubabend auf ist, wie sie ja dann ins Gegenteil wieder quasi das Ganze verkehrt. Also es muss ja dann nicht so sein, dass wir dann 10 Millionen Besucher sehen. Aber ich bin fest davon überzeugt, das Wiesnfeeling wird zurückkehren, sobald wir wieder feiern dürfen und auch ein gutes Gefühl dabei haben, weil wir eben wissen, dass die allermeisten geimpft sind und das Thema Pandemie auch weltweit einigermaßen besser entwickelt hat, als wir es jetzt prognostizieren können. Corona ändert vieles, aber nicht alles. Unser Ziel ist ja, unser altes Leben ein Stück zurückzubekommen. Und deswegen glaube ich, es gibt heute überhaupt keine Sicherheit, kann heute keiner sicher sagen, so oder so wird es. Keiner weiß, wie sich Mutationen entwickeln und Ähnliches mehr. Es wäre auch irgendwie unseriös. Ich kenne Politiker, die dann voller Euphorie sagen, ich verspreche und garantiere und dann die Fahne wieder einrollen müssen. Das hat ja keinen Sinn. Wir versuchen das immer zu machen, was sinnvoll und möglich ist. Und ich glaube, der Kurs ist auch der seriöse und der hat auch die breiteste Unterstützung. Allerdings denke ich, dass im nächsten Jahr die Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch ist, weil die Impfung dann fortgeschritten ist. Wir sind dann im zweiten Jahr der Impfung, wir müssen uns ja weiter impfen müssen. Ich glaube, dass manche Sachen bleiben. Ich bin zum Beispiel sicher, dass die Maske uns in irgendeiner Form bleiben wird, wenn dann nicht als Verpflichtung, so als Angebot von vielen. In Asien wissen Sie, ist es so, dass die Maske ohne Verpflichtung seit einigen Jahren, seit damals Vogelgrippe, fester Bestandteil von Schutz ist. Nicht in der Konsequenz und Stringenz, wie wir sie heute haben, aber vielleicht. Also manches bleibt, vieles wird wieder neu erfunden. Und was das Wichtigste ist, die Wiesn ist letztlich ein ganz großes Fest der Lebensfreude. Und diese Lebensfreude kommt ganz bestimmt zurück. Ich glaube, sogar die Menschen hungern ja, es dürstet sie dann auch. Gerade auch den vielen jungen Menschen, das kommt ganz sicher wieder. Und vielleicht gibt es dann nächstes Jahr auch einen niedrigeren Bierpreis, wer weiß. Auch den denkbar theoretisch, ja. Das ist genau so eine Frage. Nein, Herr Bachmann sagt, nein, nach seiner langjährigen Erfahrung keine Chance. Ja, wir werden sehen. Ich sage einmal, es gibt Dinge, die sind wahrscheinlich, andere kaum wahrscheinlich. Also, dass die Wiesn stattfindet, ist wahrscheinlicher, als dass der Bierpreis sinkt. Also insofern werden wir mit diesem Management an Wahrscheinlichkeiten versuchen, das Beste gemeinschaftlich zu schaffen. Gut, mit diesem optimistischen Ausblick schließen wir die Pressekonferenz. Danke. Vielen Dank.